Ich hab so Bock auf heute Abend. Endlich mal wieder raus. Ich auch, Mann. Ich hab richtig heute Bock, endlich in die Stadt feiern. Ja, in der City. Und vor allem Christoph kommt mit, Mai kommt mit und... Ich glaube Leni auch, oder? Ja, Leni wollte auch mitkommen. Wo ist sie eigentlich? Ich weiß nicht. Ah, du rufst grad an. Ich geh mal da ran. Ne, ne, lass es bitte. Warum? Ne, lass es einfach. Du kannst jetzt weiterfahren. Jetzt hat sie ja auch wieder aufgelegt. Ja, gleich fest. Aber nachher fährst du noch woanders mit? Nein, diese zwei Minuten will sie nicht woanders fahren. Ah, da rufst du noch mal an. Ne, lass es bitte. Doch, lass mich da jetzt mal an. Nein. Warum soll ich da jetzt nicht ran gehen? Weil ich zu Hause schlafen muss und nicht im Krankenhaus. Ja, du wirst doch nie im Krankenhaus schlafen. Doch. Ja, aber ich weiß, was ich tue. Ja, aber das sagt jeder. Ja, aber ich weiß, was ich... Guck mal. Wieder 100 Euro gespart. Ja gut, vielleicht ist es so. Na. Ja. Ja. Ja.